Norddeutscher Rundfunk 2021 Ist das Sie selbst hier das Auto? Drückt das Sie selbst aus? Ja. Und wie fährt sich das Auto? Ist egal, oder? Wir, wir. Fahren Sie schnell damit? Mir ist ein Spaß. Für mich ist die Farbe zum Fahren und so, aber ich bin nie ein tolles Autofahren. Auf die Bestellung war mein Sohn dabei, immer etwas mehr, Motor und so. Ich habe Farbe und er hat Motor, ich habe Farbe und er hat Motor. Da kam eine sehr tolle und sehr teure Mischung, muss ich sagen. Und am Ende, wie viel hat es gekostet? Die hören uns nicht. 200 Euro. 200.000 Euro. Naja. Tja. Tja. 34, 0, 1, Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020